Ja hallo Leute, in diesem Video möchte ich euch den neuen iPod Touch der 6. Generation zeigen. Viel Spaß! Ja, fangen wir auch mal mit dem Auspacken an. Wie ihr seht, die Verpackung sieht exakt aus wie die von der 5. Generation. So sieht auch der iPod Touch aus. Wir sehen erst immer noch auf so einem Plastik-Tray, der oben drauf liegt. Weiter unten, wenn wir aufmachen, haben wir dann ein Booklet in zwei Sprachen mit einfachen Anleitungen. Wir haben natürlich auch Apple-Sticker. Weiter unten haben wir dann das Lightning-Kabel zum Aufladen und Synchronisieren vom iPod. Und zu guter Letzt natürlich, wie es beim iPod gehört, haben wir Earpods. Was da zu beachten ist, wir haben keine Tasten und kein Mikrofon wie beim iPhone, also einfach nur ganz normale Kopfhörer. Ja, befreien wir mal den iPod von der Plastikfolie und diesem Plastikteil. Wie ihr seht, startet der dann auch gleich. Und ja, wie ihr sehen könnt, habe ich hier die goldene Variante, denn den neuen iPod Touch gibt es jetzt auch in Gold. Es gibt auch einen neuen Blauton, einen neuen Pinkton und das Spacegrau ist auch etwas anders wie in der Generation davor. Und wie ihr sehen könnt, die Anschlüsse sind eigentlich genauso wie beim Vorgänger. Wie ihr sehen könnt, haben wir vorne einen Homebutton, der in Gerätefarbe ist, also dieser Ring da ist in Gold. Das ist auch der einzige neue iPod, wo der Ring vorne in einer Farbe ist. Ja, was ist jetzt großartig neu bei dem neuen iPod Touch der sechsten Generation? Apple hat einen A8 und einen M8 Prozessor eingebaut, also wie im aktuellen iPhone, heißt wir haben Top-Leistungen in einem so kleinen Gerät. Apple hat auch von 512 MB Arbeitsspeicher auf 1 GB abgegradet. Wir haben auch ein neues Bluetooth 4.1 und den Wi-Fi-Standard AC, also für schnelleres Internet. Apple hat auch die Kamera verbessert, wir sind jetzt von 5 Megapixel auf 8 Megapixel gestiegen. Und ja, das bei einer Gerätedicke von 6,1 Millimetern, da konnte Apple leider nicht verhindern, dass die Kamera genauso rau steht wie beim aktuellen iPhone. Der neue A8 Prozessor im iPod Touch der sechsten Generation macht sich wirklich bemerkbar. Die Geschwindigkeit ist wirklich, ja, vergleichbar mit dem aktuellen iPhone. Wie ihr sehen könnt, in einem, ja, Geekbench-Score erreicht er fast dieselbe Zahl wie mein iPhone 6 Plus. Ist ja nicht sehr großer Unterschied und das merkt man natürlich auch beim Spielen. Ich habe jetzt hier ein kleines Spiel mal angezockt, das ist Asphalt 8. Macht wirklich Bock, das zu zocken, das Gerät läuft wirklich sehr, sehr flüssig, das Spiel hängt kein bisschen, startet auch ziemlich flott, wie ihr gesehen habt. Und beim Vorgänger war das ja inzwischen schon, ja, ziemlich lahm. Wie ihr sehen könnt, ich bin ein, ja, ziemlicher Gold-Fan. Der iPod Touch passt wirklich gut in die goldene Familie der Apple-Geräte. Was mir allerdings aufgefallen ist und was mich gestört hat, ist folgendes. Wir sehen ja hier den iPod Touch und auf der Rückseite haben wir oben die WLAN- und die Bluetooth-Antenne. Und da haben wir eine schwarze Abdeckung bei einer weißen Front. Beim iPhone haben wir ja weiße Antennenstriche und eine weiße Front. Und beim iPad haben wir auch weiße Antennen bei einer weißen Front. Also ich verstehe nicht, was Apple sich da gedacht hat, das hinten schwarz zu machen. Naja, irgendeinen Grund wird das schon haben. Ja, wenn es euch bis jetzt noch nicht aufgefallen ist, dann wisst ihr auch, warum Apple es weggelassen hat. Denn die wenigsten haben diese Funktion, glaube ich, mal genutzt am iPod Touch der fünften Generation. Und zwar das Loop. Wie ihr sehen könnt, habt ihr unten links keinen Knopf mehr zum rausdrücken, wo ihr eure Lupe festigen könnt. Für manche schade, für manche nicht. Aber Apple hat gesehen, dass es wirklich keiner nutzt. So, für wen ist jetzt der neue iPod Touch eigentlich geeignet oder warum sollte man ihn sich kaufen? Also der iPod Touch mit 16 GB kostet 219 Euro, was eigentlich ziemlich billig ist. Wenn man betrachtet, dass man aktuelle Hardware hat, also A8 und M8 Prozessor, 8 Megapixel Kamera, 4 Zoll Retina Display. Ist eine, ja, ein perfekter iPod, eine perfekte Spielemaschine. Ihr könnt super schnell im Internet damit surfen. Ihr könnt wirklich super schöne Fotos und Videos machen. Und der iPod ist einfach für jemanden gedacht, Jugendliche unter 18, die sich keinen Vertrag machen können oder sich kein iPhone leisten können, ist der iPod Touch wirklich eine sehr, sehr gute Alternative. Ja, das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn ihr den iPod kaufen wollt, schaut in die Beschreibung, da habe ich einen Link. Und dann war's das auch schon. Falls ihr das Unboxing zum iPod Touch der fünften Generation sehen wollt, habe ich natürlich auch gemacht. Link ist in der Beschreibung. Und ich packe euch nochmal das Video zum iPod Touch Loop in die Beschreibung, falls ihr nicht wisst, was ich damit meine. Und dann war's das. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr ja gerne einen Daumen nach oben geben. Unten könnt ihr abonnieren, falls euch meine Videos gefallen und ihr weitere Apple Videos sehen wollt. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.